Der Nächste! Achtung! Sprengen! Los, weiter der Nächste! Vorwärts, mach schon! Sprengen! Na los, mit Mut und Schwung! Heiß dich zusammen, Junge! Na, mach schon! Sprengen! Lassen Sie ihn und nehmen Sie den Nächsten! Jawohl, Herr Oberleutnant! Geh wieder runter! Bist du falsch, Herr Jäger? Nein, man hat mich nicht genommen. Mir ist schwindelig geworden. Aber wenn ich nur einen Tag Zeit gehabt hätte, dann hätte ich... Was hättest du? Dann hätte ich die Angst überwunden, bestimmt. Wenn ich wenigstens Gelegenheit gehabt hätte, mit dem Major oder dem Oberst zu sprechen. Mit dem Oberst sprichst du gerade? Herr Oberst! Es ist gut, mein Junge. Mir ist es beim ersten Mal genauso gegangen. Ich bin überzeugt, dass du ein tüchtiger Falschirmjäger wirst. Komm, geh wieder zu deinen Kameraden. Danke, Herr Oberst.